Utthita Parishvaprapada Pashasana ist die drehende Schlingenstellung mit einem Arm oben. Komme zur Zehenspitzenstellung, gebe den einen Arm über das Knie, Finger an den Boden, hebe den anderen Arm nach oben und so ist das Ganze wie eine Art Schlinge. Diese Stellung ist eine schöne Drehung, eine gute Massage für die Bauchorgane und eine gute Übung für die Flexibilität der Zwischenwirbelgelenke und für die Entspannung von den quer verlaufenden Rückenmuskeln. Wenn es dir gefallen hat, klicke schnell auf Daumen hoch oder gefällt mir. Und danke an Samuel fürs Vormachen, Durga das für die Kamera. Mein Name ist Sukadev. Wir sind von www.yoga-vidya.de und die Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Schleppchen-Sch